ich weiß nicht gut recht wie viele sind das eigentlich acht glaube ich ja immer acht kann man lassen so acht level piesacken ja wie eben auch schon wie gibt es noch acht das geht noch weiter ich kenne dieses letzte level da so viel machen muss nein wir müssen noch die addons von left for dead machen wir danach machen was ist das hier warum sie diese strecke aufgaben so tödlich muss man wenn ich gut oder bin ich gut nicht schlecht dd den in den was bist du für die du wolltest mich dann nur umbringen los ist musst du das machen und darum nein da ist doch richtig gedacht dadurch nein so warte kommt wieder zurück doch mehr mehr ich will das auch machen komm her schnell schnell auch mann komm schon hast du doch eh schon blöde kamera okay da oben ist dingeling warte 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 doch du musst sie machen kommen dann auch nicht durch da oben wo mein ding hin zeigt meinst du so und jetzt spring ja was machst du bringen ich sag spring aber geh jetzt musst du dann das gleiche für mich auch machen ne noch ich mach für dich nix runter bratwurst das muss ich denn jetzt machen bratwurst da oben das portal jetzt setzen und das da weg kann sich da durch springen nein jetzt muss das entsetzen apropos bratwurst apropos bratwurst warte mal muss man auch kurz was holen das ist komisch gesetzt ehrlich jetzt und die musste feuer loslassen kannst du mir den nicht hoch geben hier ich glaube nicht oder warte mal du hast doch du hast doch oben die cellblaue bot ah nee geht nicht ich fliege ja da durch du musst das rechtzeitig setzen lassen wenn ich die dann auch loslasse okay und ich springe das klappt doch siehst du so gittert ja ja porno seid ihr schon auf die eine gute eigenschaft der menschen gekommen ich gebe euch einen tipp es ist die eine sache die ihr nicht können was aufs klo gehen das geht da ist zurecht wir können nicht aufs klo gehen du vogel um walking ich bin auf dem laufbahn um walking gleich haben wir anderthalb stunden oh mein gott anderthalb stunden wolltest du nicht ab zwölf irgendwie noch ein bisschen arm hat zacken ja ich hoffe ja nein selbst euer angestrengtes versagen beglückt mich nicht ja jetzt war da hinten auf ecke das portal genau warte ein bisschen zurück geht zurück nein geht zurück ja geht zurück geh ganz zurück ganz zurück jetzt wo mein gelb ist ist das andere hin ja ja da muss man sitzen jetzt wir sind noch mal zurück äh 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 gelb muss ich das jetzt hier ja ne mhm oh ne ich schon wieder ey man ey äh da ah warte mal so nee so dass man durchkommt boah äh na warte mal hübs nein das alles zunichte gemacht ne ne ah so oh meiner bricht sich ab die knochen sehr gut gemacht die menschen diese strecke ach schluss ja das ist mal ein schönes level das gefällt mir da muss man so pipes nur legen rohre verlegen kann ich ja ja ist klar oh flash ach ja du hast einen schaden ne ich habe einen geilen körper so und handcreme diesmal mit ananas ey weißt du was hör mal pass auf für die zuschauer auch was ist das ratespiel na was ist das centus hm oh man ich habe mir wieder handcreme gegönnt ja ey meinst du das ist dein ernst da was du da machst das ist doch voll falsch guck mal warte mal guck mal ich geh jetzt hier drauf weißt so dann hole ich mir jetzt die warte ich war doch nicht ich hab doch nicht gesagt jetzt jetzt du bist so blöd tschüss gucke du bist so blöd tschüss gucke tschüss gucke flash was denn mann selber schuld euer fassaden ich bin nicht nah genug gewesen ja hatte doch warte warte ich war noch nicht nah genug tschüss gucke warte doch mal eben warte doch mal eben tschüss gucke was machst du da jetzt warte doch mal eben äh komm hier durch wer ist nicht besser gewesen gesetzt komm hier durch sanftiges und da eins hingesetzt bringt das jetzt warte doch warte doch gar nix guck mal jetzt pass auf jetzt aber ja guck mal jetzt ist das doch viel besser von da oben guck mal krieg ich meinen den ball doch viel besser ich geh lieber ganz schnell durch und nicht so müll wie du da machst so äh jetzt gehst du jetzt gehst du durch mein rotes portal ach ja jetzt gehst du durch mein rotes ja guck mal da da oben sind nämlich auch noch welche äh das hat jetzt gar nichts gebracht du musst das da wieder hinsetzen Flash äh ne 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 du musst doch du musst die hier hinsetzen weil wir müssen wir nicht da rüber nein ja warte du musst da nein ich muss auch da rüber äh Flash du musst hier dein rotes und da dein oder umgekehrt mach ja und wie soll ich jetzt rüber kommen durchlaufen Penis ja wie soll ich durchlaufen man brauchst du lange ehrlich ich genieße das Spiel die wurde sauer das war die groggy dame heute okay okay ja meinst du das hilft das hilft nämlich gar nicht doch warte ja nie ist klar warte doch okay ich spring geh rüber das geht so nicht geh rüber nein geh rüber Mensch vertrau mir mal nein du vertraust mir nicht jetzt spring dagegen oh man wie das geholfen hat nein das ist doch richtig so nein doch du musst dagegen springen und du musst dann auf die lange plattform kommen weißt du wie wir es noch einfacher machen können was wie sitzt der arbeitportal und dann sitzt ihr das da oben hin so und jetzt mach mal da unten dein portal wieder hin ach das ist doch langweilig aber komm nicht höher aha du musst sterben nö nö ja komm ich setz das höher okay so besser ja aber du musst ja auch noch durch ähm setz mal da unten wieder hin jetzt musst du auch erst mal dagegen kriegen und hier hochkommen ja ich komm ja schon andere Richtung neimann du bist doch voll die bratwurst ey wieso boah beweg dich mal schneller du fettes Vieh da vorne hervorhand hervorhand das wird da nicht durchkommen hervorhand hervorhand glaube ich erst jetzt kommt erst vier ne fünf stück waren das noch mehr oder vier noch ja fünf kommen noch fünf kommen noch acht stück sind das dann zählen ja acht stück kommen auf einmal oder nacheinander der ist halt so am besten das ist das vierte ja ok schön du bist so blöd du vollhausen haha ja jetzt wiederum ne warte mal so und nicht im portal ne ne kommt mir her wie soll ich das jetzt machen wenn ich deins jetzt lösche dann fliege ich runter richtig ja ja das war doch richtig was du da jetzt gemacht hast ja jetzt durchgehen und dann deins da oben sitzen wir nicht boah leckt das bei mir ja ich kann das auch nicht zurücksetzen warte mal ich weiß nicht welches habe ich jetzt ach shit ist ok das jetzt aber nicht warte mal obwohl ne ist ok das kann ich doch doch musst du denn sich oberhalb setzen und ich meinst da drunter ja wenn ich durchfliege ja mach geh mal durch ok ne das geht ja so gar nicht mehr ach komm lass mal doch kann das ja so nicht machen lass mal bitte kurz ich mach das schon scheiße toll so ey du pisser warte doch warte doch spring ich hab das doch warum machst du das denn immer ich hab das doch schon gehabt du hank du hank also nicht du furzknoten du hank du hank das 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 ist doch voll falsch mensch was du hier machst ja das ist doch voll falsch was du machst nein nein ich sehe überhaupt nicht hin was 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 ist denn für die scheiß wie geht es das trägst du uns verarschen ach das ging klar das ging die ganze zeit schon meinst du rum was ich meinst du was warum machst du jetzt meine portale weg einfach nur so meinst du dass ich die ganze zeit vor hatte was ich machen wollte mit dir vielleicht das hier scheiße ich dachte du fällst da jetzt runter wo ist denn da hinten müssen wir hin ne das ist zu weit weg nein ja wir mussten ein bisschen höher setzen eins ja oder so dann spring runter ja guck mal einen an wie nett ähm ja 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 was denn setzt doch mal da warte mal 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 setz doch das andere portal dahin da dass wir wieder hoch können da auf das kleine blaue frontier das dunkelblau muss was bist du warum hast du jetzt meine portale weg war doch richtig ich hab den jetzt nicht weg gemacht das war vollkommen richtig was ich da gemacht hab ja was denn aber du musst wieder so kompliziert machen mach nicht kompliziert so gehst du zurück hä warum hast du jetzt mein portal hier weg gemacht hab ich nicht ich